Der Spötter Erich Kästner schrieb in seinem Gedicht Handstand auf der Loreley die Zeile Ein Augenblick mit zwei erhobenen Beinen Es nicht zu teuer mit dem Tod bezahlt Nun, diese Artistin hat einen Handstand auf einem Arm Der mit dem anderen Arm eine Achse bildet Um den ihr Gewicht, um diese Achse kreist ihre ganze Existenz Es ist die Bodenhaftung und es ist der Traum oben in der freien Hand Von einem Hasen, wie ihn Dürer gemalt hat, wie ihn Beuys eingesetzt hat Wie ihn Jeff Koons hätte machen können Es ist der Traum, es ist das Wunschziel Hoffentlich gelingt ihr dieser Handstand Hoffentlich gelingt ihr dieses